Herzlich Willkommen bei meinem YouTube-Kanal, Dr. Reinhard Pichl ist mein Name. Wie schließen Sie mit der Vergangenheit ab, idealerweise, gründlich, idealerweise, ganz in Frieden? Sie sehen schon, das ist nicht so einfach, schon von der Formulierung her, dass ich mit der Vergangenheit abschließe. Und ich glaube auch, wir können auch mit der Vergangenheit gar nicht ganz abschließen, indem wir sie abschneiden, vergessen, erledigt, will da nicht mehr dran denken, egal wie furchtbar sie war, gehört zu uns. Es ist ein Teil unseres Lebens und auch wenn es ein furchtbarer Teil unseres Lebens ist, wenn es ein schmerzhafter Teil unseres Lebens ist, aber es gehört zu uns, es bleibt bei uns. Genauso wie meine Vorfahren ein Teil meiner Geschichte sind, ich komme halt von denen, was soll ich machen? Und ich kann schon sagen, auf das bin ich nicht stolz und leider habe ich ihre Gene, das kann ich schon alles sagen, aber das ist nicht zum Leugnen. Ich behalte die Gene, ich kann mir die nicht austauschen und ich behalte meine Vergangenheit, ich kann sie mir nicht austauschen. Das war mal die schlechte Nachricht zu Beginn. Jetzt machen wir einen vorsichtigen Blick, bei mir ist die Vergangenheit immer dort, einen vorsichtigen Blick in die Vergangenheit. Wenn da ganz viel kaputt gemacht worden ist, wenn da ganz viel noch immer blutet und schmerzvoll ist, wenn da ganz viel noch nicht aufgearbeitet ist und kaum öffne ich nur minimal die Tür, bricht da sofort wieder eine Lawine an Schutz auf mich herein, dass ich nur wegspringen kann, weil ich mir denke, was mache ich da, dann ist viel aufzuarbeiten. Aber es gibt Menschen, die mauern das zu, wie das Atomkraftwerk von Tschernobyl mit einer 20 Meter dicken Betonhaube, in der Hoffnung, dass da nichts mehr durchstrahlt, aber hoffentlich kommt kein Erdbeben und hoffentlich wird der Beton nicht bröckelig. Also, manche Sachen kann man nicht wegräumen, manche Sachen kann man nicht aufarbeiten, es ist zu hart, zu schwer, zu radioaktiv verstrahlt. Gibt es. Und dann gut in Wasserlagern oder gut mit Beton übergießen, Betonpatscherl, und versuchen einfach auf diese furchtbaren Sachen nicht mehr hinzuschauen und wenn sie doch hochkommen, kurz schnell den nächsten Beton drüber gießen. Finde ich jetzt keine gute Idee auf Dauer und vor allem, wenn ich davon 10 solcher Endlagerstätten habe, keine gute Idee. Ist viel zu gefährlich und ich muss dauernd trotzdem drauf schauen, weil das Wasser darf nicht verdunsten, das Ding ist ja heiß. Ich muss dauernd Wasser nachgießen, auf einmal ist zu wenig Wasser drin. Ich muss dauernd die Güte dieses Betonmantels prüfen, dass da ja nichts rissig wird, sonst geht da wieder alles durch. Also, das ist schon anstrengend. Viel besser wäre es, wenn es gelingt, dass ich die einzelnen Dinge aufarbeite, wiederverwerte und den Rest entsorge. Und zwar Sortenrein entsorgen, und das meine ich auch wirklich so in der Vergangenheit, Sortenrein entsorgen und auch richtig entsorgen. Und was heißt Sortenrein und richtig entsorgen bei der Vergangenheit? Ich muss schauen, was gehört wohin? Was betrifft mich? Was betrifft auch die anderen? Was geht mir gar nichts an? Vielleicht wollen meine Eltern nur, dass ich irgendwas übernehme, wo ich aber sage, gehört nicht mir. Können Sie es ruhig behalten. Ich nehme das gar nicht. Das ist Sortenreine entsorgen. Was den anderen gehört, lasse ich bei den anderen. Was meins ist, wo ich auch erkenne, auch vielleicht mit Unterstützung in einem therapeutischen Prozess, das ist mein Thema. Ja, das muss ich dann auch aufarbeiten. Aber ein wichtiger Satz, den ich immer wieder sage und der auch in der Traumatherapie Standard ist und wirklich sehr heilsam und sehr zentral ist, ist dort und damals ist anders als hier und jetzt. Und wenn ich dieses dort und damals nicht lassen kann und das dauert ins hier und jetzt rein schwappt, dann muss ich mir überlegen, was ist da so drängend? Und Beispiel, es ist das Drängende, der Missbrauch von meinem Vater mir gegenüber, dass ich im hier und jetzt keine normalen Beziehungen leben kann, dass ich im hier und jetzt immer noch gegen den inneren Vater kämpfe. Oder dass ich, wenn irgendjemand auch nur so ähnlich ist, wie mein Vater gewesen ist oder auch in Erinnerung gewesen ist, die ich sofort in den Todstellreflex komme oder ich sofort nicht mehr in der Lage bin, irgendwie normal zu ticken, zu denken und nur noch auf Abwehr reagiere. Das gehört aufgearbeitet. Das ist ein Klassiker, den man unbedingt Schritt für Schritt anschauen muss, wo es gute, gute traumatherapeutische Methoden gibt, wo ich das eben zur Ruhe bringen kann, wo ich in der Lage bin, das einfach zu lassen, beim Vater zu lassen. Wie geht das? Ganz kurz, nur gesagt, ich brauche meine vier Schritte, aushalten, annehmen, zustimmen und versöhnen. Versöhnen kann wie ein Hohn klingen bei ganz, ganz schweren Traumatisierungen und trotzdem muss ich mich mit der Situation insofern versöhnen, dass ich sage, ich habe es zumindest überlebt. Das heißt jetzt nicht, versöhnen heißt in dem Fall nicht, dass ich sage, ja, aber eh okay, sind wir wieder gut. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich sage, dort und damals, anders ist hier und jetzt. Ich lasse mir diese ganzen Täter, Introjekte heißt das, also alles das, was vom Täter noch rüberschwappt und auf mich noch einwirkt, lasse ich mir nicht mehr aufoktroyieren, lasse ich nicht mehr in meinem Leben so wirksam werden, dass ich dann in eine Abwehrhaltung komme, wo ich gegen die Vergangenheit dauernd kämpfe und in Wirklichkeit bin ich längst in der Gegenwart und bin aber immer noch nicht in der Gegenwart angekommen, weil ich ständig noch in der Vergangenheit tausend Dinge abarbeite und ich werde nie fertig. Das ist dann eben keine Aufarbeitung, sondern das ist ein ständiges Wiederholen, ein ständiges Retraumatisieren, ein ständiges Aufwärmen von den Dingen, die schon längst vergangen sind. Und das ist keine hilfreiche Sache. Deshalb unbedingt Vergangenheit, Vergangenheit lassen, auch als Vergangenes erkennen. Und ich darf es nicht wieder reinholen. Und das ist oft eine Gefahr, dass man es wieder reinholt in die Gegenwart und versucht, mit heutigen Mitteln zu lösen und sich zu denken, wenn ich es heute aber anders mache und wenn ich es meinem Vater jetzt rein sage, dann wird es besser. Gar nichts wird dann besser, weil ich kämpfe nur, ich mache einen Schattenboxen, der ist längst weg. Entweder fühlt er sich nicht zuständig, lacht mich aus oder sagt, ja, ich habe mich eh schon zehnmal entschuldigt und lass mir den Ruder mit, oder ich kann mich gern zum hundertsten Mal entschuldigen. Wird aber deshalb trotzdem nicht für mich besser, weil ich es nicht loslassen kann. Und wenn sich der zehntausend Mal entschuldigt und sich vor mir abwatscht, wird es auch nicht besser. Also, ich brauche selber einen Prozess, dass ich die Vergangenheit in die Vergangenheit zurückschieben kann. Und da gibt es verschiedene traumotherapeutische Methoden. EMDR ist eine davon, wo ich dann auch durchs Prozessieren, das ist ein neurobiologischer Vorgang, wo ich dann in der Lage bin, die Dinge auch zu lassen. Und wo ich dann auch in der Lage bin, jetzt neu zu starten und diese Verknüpfungen lösen kann. Die Verknüpfungen können deshalb gelöst, dass ich nicht ständig wieder was mitschleppe. Aufarbeiten von der Vergangenheit heißt, was war wahr und ich muss auch da hinschauen und das tut vielleicht immer noch weh. Aber jetzt ist es anders und jetzt bin ich in der Lage, neu zu handeln, das neu zu bewerten, wie es damals war. Und ich kann in die Zukunft schauen und habe da alle Möglichkeiten und brauche mich nicht von der Vergangenheit dauernd stören lassen. Ich kann jetzt positiv dann in die Zukunft schauen und brauche mich nicht von der Vergangenheit beeinflussen lassen. Die Zukunft, in die ich mich hineinbegebe, heißt, ich bin der, der ich bin, aber als Gegenwärtiger heute und natürlich bin ich auch das, was ich durch meine Vergangenheit bin. Wenn ich einen Autounfall gehabt habe, habe ich eine Fußverletzung vielleicht und tut mir der Fuß weh, weil er zertrümmert worden ist beim Autounfall und so. Das wird nicht besser, aber ich kann in Zukunft mich so verhalten, dass ich mich mit meinem Fuß, den ich aus der Vergangenheit eine Verletzung mitgenommen habe, so verhalten, dass ich trotzdem noch ganz viel machen kann. Und ich werde mich dann halt mehr auf, weniger aufs Wandern und dafür mehr auf Wassersport verlegen, wo der Fuß nicht wehtut. Oder also nur im Bild gesprochen. Ich suche mir in der Zukunft Dinge, wo ich merke, bah, das ist genau so, wie ich es jetzt mag, das kann ich entscheiden. Und das können wirklich immer Sie entscheiden. Sie entscheiden über die Zukunft, Sie entscheiden über die Gegenwart. Über die Vergangenheit entscheiden Sie nicht mehr, weil das ist schon vorbei. Und was ich aber heute entscheiden kann, ist, dass ich die Vergangenheit ruhen lasse und was zum Aufarbeiten ist, zum Aufarbeiten. Und was erledigt ist, ist erledigt. Und ich habe keine Lust mehr, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mich eigentlich nur schwächen. Wenn was da ist, kann ich das mit einem Fachmann, mit einer Fachfrau therapeutisch bearbeiten, aber dann ist es auch gut. Und Traumatherapie heißt in der Traumakonfrontation, dass ich mich damit einmal konfrontiere und nicht hundertmal. Und dann ist es auch erledigt. Wenn ich das einmal bearbeitet habe, bin ich mir sicher, wenn es eine gute, kompetente Traumakonfrontation ist, dass ich dann durch bin. Können wir da diskutieren. Manche werden jetzt vielleicht dann auch schreien und sagen, naja, das sind so schwere Sachen, das muss man öfter machen. Kann schon sein. Aber normalerweise, wenn ich Ressourcen habe und vorher gute Stabilität gibt, das ist der dritte Schritt in der Traumatherapie, dann ist die Konfrontation. Ich brauche zuerst die Stabilisierung und dann die Opferdynamikbearbeitung. Und dann komme ich eigentlich in die Zukunft rein, nach der Traumakonfrontation. Aber dann muss ich auch in der Lage sein, genug Ressourcen zu haben, um es loslassen zu können. Wenn ich andere Störungen noch zusätzlich habe oder noch eine Psychose dazu oder noch Süchte, dann muss ich das in das andere Baustellen, die ich auch noch von der Vergangenheit her mitschleppe und die ich dann auch extra aufarbeiten muss. Klar, das gibt es schon und dann brauche ich natürlich länger. Aber grundsätzlich kann ich sagen, mit meinen Ressourcen, die ich jetzt habe und die müssen nicht unbedingt rasend viel sein, kann ich mein Hier und Jetzt, Heute und meine Zukunft morgen und übermorgen gut und in Frieden gestalten, ohne dass mich die Vergangenheit dauernd einholt. Und dass Ihnen das gelingt, das wünsche ich Ihnen. Wenn Sie da Unterstützung brauchen, bin ich da gerne für Sie da. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link für ein kurzes kostenloses Erstgespräch, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Alles gut.